Ich bin heute in Berlin unterwegs und zwar mit diesem Auto hier, dem Opel Corsa E, einem kleinen Elektroauto, das, wenn man den Umweltbonus benutzt, sogar für unter 20.000 Euro zu haben ist. Das hat einen 50 Kilowattstunden großen Akku, kann sogar über CCS mit bis zu 100 kW aufgeladen werden und wenn wir in den Innenraum reinschauen, seht ihr, es hat sogar ein Navi mit Carplay. Und was das Auto sonst noch so drauf hat, das seht ihr dann in unserem Video, deswegen gerne abonnieren und Glocke aktivieren.